... unter Beweis stellen und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte keinen historischen Abriss zum 26. Oktober tun und machen, aber Faktum ist, dass an diesem Tag auch ein klarer Auftrag an das österreichische Bundesheer gegangen ist, nämlich die Neutralität, die Souveränität Österreichs zu verteidigen, zu sichern und deshalb wir auch zeigen wollen als österreichisches Bundesheer, dass wir in der Lage sind, auch diese Neutralität, Souveränität sicherzustellen, auch auf moderne Bedrohungen entsprechende Antworten haben, aber natürlich auch mit einem sehr breiten Spektrum an Leistungsfähigkeit vom Katastrophenschutz über die Miliz bis hin eben auch zur klassischen Landesverteidigung hier uns am 26. hier in Graz entsprechend auch darstellen möchten. Wir werden an diesem Tag, und das ist glaube ich auch ein schönes Zeichen, den öffentlichen Verkehr kostenfrei zur Verfügung stellen, also alle Damen und Herren, die hier herkommen und die Leistungsschau anschauen werden, dürfen und können mit den Grazer Öffis gratis fahren. Unter dem Motto, wir schützen Österreich zu Wasser, zu Lande und in der Luft, wird das österreichische Bundesheer eine umfassende Leistungsschau in der Innenstadt von Graz abhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017